Ich bin der Hannes und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kam mein Chef vorbei und er sagte, Dreh den Knopf mit der linken Hand. Hallo, ich bin der Hannes und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kam mein Chef vorbei und er sagte, Dreh den Knopf mit der rechten Hand. Hallo, ich bin der Hannes und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kam mein Chef vorbei und er sagte, Dreh den Knopf mit dem Kopf vorbei. Hallo, ich bin der Hannes und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kam mein Chef vorbei und er sagte, Dreh den Knopf mit dem Piep. Hallo, ich bin der Hannes und ich arbeite in einer Knopffabrik. Danke, danke, danke.